so da sind wir auch schon wieder bei der nächsten aufgabe nämlich trifft beim abbau von materialien fünf mal in folge schwachstellen ich weiß die aufgabe hatten wir schon mal aber sie ist halt wieder da aber auf einer anderen map so deshalb geben wir dann gleich auch direkt ins spiel rein und ihr seht wir sind schon level 100 da kam natürlich auch noch aufgaben aber ich denke mal die erklären sich wirklich von selber wir gucken mal was wir so davon hinkriegen vielleicht mache ich darüber ein video aber dann kompakt ist nicht so jede aufgabe alles einzeln ich gebe euch dann einfach tipps wie ihr das machen könnt so es gibt eine erfreuliche nachricht für euch nämlich wir bestimmt schon gesehen habt ich kann werbung schalten was bedeutet klar ihr habt die werbung aber so bleibt natürlich auch ein bisschen geld bei mir hängen was aber auch gleichzeitig bedeutet dass ihr auch was zurückbekommt ich habe ja von anfang an gesagt ich will mich an euch nicht unbedingt bereichern ein bisschen was ist natürlich nicht verkehrt um gottes willen grüße erstmal die die schon donated haben in skins oder hast du nicht gesehen auch dank an die die in creator code eingegeben haben unten steht da ja aber wie gesagt es gibt am sonntag eine skin verlosung und zwar um 15 uhr wichtig dafür ist gerne natürlich ein abo da lassen glocke aktivieren damit du weißt wann der stream losgeht und so weil das wird halt nicht das letzte mal sein so das wichtigste überhaupt ist aber dass ihr mir definitiv wie zum beispiel heiten sie es mir eine freundschaftsanfrage schickt nämlich an y t unterstrich family hack ich weiß sage ich in jedem video aber hat auch seinen grund damit nämlich die leute wissen ich muss eine freundes anfrage schicken so freundschaftsanfrage an mich selber kann ich nicht schicken jetzt fragst du dich vielleicht warum muss ich dir eine freundschaftsanfrage schicken ist eigentlich ganz simpel erklärt wie ihr könnt ich kann euch ja nur so skin schenken indem ich das als geschenk verkaufe beziehungsweise als geschenk kaufe und euch dann weitergebe dafür müssen wir allerdings mindestens 48 stunden befreundet sein und ich zeige euch das gerade mal anhand von einem beispiel zum beispiel du klar ich glaube die kommt heute schon ein bisschen öfters vor gruß erst mal an der stelle die kann zum beispiel erst mal an einem tag von mir ein geschenk erhalten heißt hätte ich heute das gewinnspiel und sie hätte gewonnen oder er und dann könnte ich den skin nicht verschenken wie ihr seht ich kann da draufklicken passiert nichts druck drüber gehe ich auf joel oder joy oder johnny den könnte ich jetzt den skin natürlich schenken weil wir eben schon länger als 48 stunden befreundet sind deshalb ist die freundschaft frage halt wirklich wichtig dann wegen dem greater code ich zeige euch ganz kurz hier im shop ganz unten rechts unterstütze ein creator hier yt unterstrich family hack eintragen ist keine pflicht um gottes willen aber würde mich natürlich unterstützen und gleichzeitig bekommt ihr natürlich auch was zurück in hand von skins und die skins sind diesmal halt wie folgt nämlich am sonntag ist natürlich wieder ein anderer shop als den den hier gerade seht aus dem grund wird dann aus diesem shop könnt ihr euch einfach irgendwas aussuchen und das werde ich euch dann kaufen so jetzt gehen wir mal gerade in die aufgabe rein wir machen das ganze aber in gruppen keile würde ich behaupten weil da haben wir einfach mehr ruhe und vor allem der einfachste tipp ist eigentlich macht es am besten immer mit mehreren egal was die aufgaben ihr macht probiert es halt wirklich mit freunden zusammen zu machen weil so könnt ihr euch immer gegenseitig helfen einfach auf gruppenhilfe gehen zum beispiel hier herausforderungen zack gruppenhilfe aktivieren ich habe es gerade noch kurz gesehen aber wenn ihr das anklickt auch wenn eure freunde es schaffen schafft ihr es gleichzeitig mit manche aufgaben gehen aber da nicht aber die meisten schon so und ihr wisst ja ladebildschirmzeit ist like zeit kommentiert zeit wenn ich dir schon öfters helfen wollte nicht wollte ich will euch immer helfen wenn ich dir schon öfters helfen konnte und gern abo da lassen so verpasst du auch nichts mehr und hast gleichzeitig noch die chance zwischendurch man skin zu gewinnen und wir machen natürlich auch custom games da ich ja creator bin dank euch und da ist eigentlich auch inzwischen relativ viel los würde ich behaupten so der geheimtipp von allen war geht zu slurpee machen wir natürlich ich hoffe nur dass es auch wirklich funktioniert fässer sind da ja genug aber ich glaube ich gehe diesmal direkt in die fabrik rein weil in der fabrik ist ja diese dieses große fass und da müsste man eigentlich noch am meisten schläge für brauchen oder nicht fangen erst auf dem dach an weil ich muss ehrlich gestehen ich probiere nie das ding zu treffen ich weiß gibt mehr materialien und hast du nicht gesehen aber ich bin irgendwie zu blöd dafür aber ich hoffe ich habe diesmal einfach mehr glück 23 ja da war schon der zu langsam das wird eine aufgabe und ihr könnt natürlich nur bei ging das war auch nichts das kann man nicht kaputt machen hier auf den rand stellen 1 2 1 2 3 das wird eine aufgabe ich verzweifle jetzt schon da dran schreibt man die kommentare ob ihr das immer direkt hinkriegt oder nicht die sind ja noch drei schläge kaputt das bringt ja gar nichts ich glaube hier ist noch ein gegner die halten auch nur zwei schläge aus am besten geht so eigentlich bei lkw ist so habt ihr es ja damals bei der anderen aufgabe auch schon immer gerade eine waffe hier jetzt ist die waffe oben drüber also die aufgabe damals schon in meinen augen mit glück geschafft oder halt bei großen bäumen da geht es ja auch so hier mein lkw konzentration das ist so ätzend ich probiere es jetzt einfach erstmal mit der maus ob ich da vielleicht schneller bin geheimtipp wenn ihr es am pc macht macht es mit der maus ihr habt es jetzt gerade gesehen es ging so direkt warte mal ich probiere es jetzt noch mal direkt mit der maus weil ich bin ja eigentlich am kommentaren pc mit der maus erach mit dem controller also mit ps4 controller ja das war das wird nichts warte mal ich gehe mal zum nächsten baum ne das ist ein kleiner baum hier der zwei drei vier fünf sechs sieben okay mit der maus bin ich anscheinend doch gibt ist man einfach genauer als mit der joypad wo die müssen halt die sensibilität ändern komisch auf alle also ich würde behaupten an den bäumen geht es glaube ich am besten zwei drei vier fünf sechs sieben komisch hier kriegst direkt hin ich glaube ich muss doch tastaturspieler werden aber ich glaube da breche ich mir die finger eins ein ja da war ein kleiner baum oh gott wo hab ich denn hier bauen eieieiei jetzt seid ihr live dabei die im stream sind mit tastatur und maus so äh wo ist die rampe z rc oh gott äh wie platziere ich denn ah ich habe kein auto platziert an probieren es jetzt mal im lkw nochmal eins zwei ja komisch aber die sind auch enger zusammen als auf dem joypad oder jetzt mal ehrlich also auf dem joypad sind die doch weiter auseinander immer wir haben es jetzt nochmal ja gut der war wieder weiter weg grad nochmal gucken ja guck mal wie oft er es jetzt eben in den baum da geschafft hat äh äh das war doch fünfmal grad nochmal den da hinten probieren also ganz komisch mit der tausend mit der mauskrieg ist besser hin ja aber die sensibilität ist auch nicht so hoch zwei drei vier fünf sechs aber das zeigte immer an dass ich fünf mal geschafft habe jetzt mal ein dicker baum ach zone kommt gleich als die runde zu ende eins zwei drei vier fünf sechs sieben dann kriegt man nur eine bestimmte anzahl an ep dann dass man quasi keine ep farben kann mit abbauen schreibt schon bitte in die kommentare ob ihr da irgendwas wisst ob man nur eine bestimmte anzahl sammeln kann aber komischerweise geht jetzt gar nichts mehr und ich würde überhaupt nicht treff fünf mal eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn hä oder zählt der mir das einfach nicht mehr auf weil ich weiß jetzt nicht da unten der balken leuchtet zwar aber ich weiß jetzt nicht ob es davon ist ich würde eher echt sagen dass die bäume dass es da am einfachsten geht aber das wichtigste ist ja warte mal wo ist es hier hier sind die herausforderungen versteckspiel ihr seht trifft beim abbau von materialien fünfmal in folge die schwachstellen aufgabe geschafft wie gesagt probiert es an den großen bäumen ich glaube da ist es noch einfacher wie ihr selber gesehen habt ich hab's ja dann auf einmal fünf sechs mal hintereinander direkt geschafft und wie gesagt wenn ich dir helfen konnte gern ein abo da lassen sei am sonntag um 15 uhr da vielleicht gewinnst du ein skin und dann würde ich sagen in dem sinne haut rein